Um der Adventszeit gerecht zu werden, folgt hier nun die Weihnachtsgeschichte. Wortgetreu nach den Evangelien. Nun ja, fast wortgetreu. Gott sandte den Engel Gabriel zu einer jungen Frau in die Stadt Nazareth in Galiläa. Sie hieß Maria und war mit Josef verlobt, einem Nachkommen von David. Der Engel trat bei ihr ein und sagte, Gott grüß dich, Gott hat dich lieb und er ist mit dir in dieser Virus-Pandemie. Diese Worte und sein Anblick erschreckten sie und sie fragte sich, was das für ein seltsamer Gruß sei. Da sagte der Engel zu ihr, hab keine Angst vor Ansteckung, Maria, ich trage eine FFP2-Maske. Gott hat dich ausgewählt, bald wirst du ein Kind erwarten. Du wirst einen Sohn bekommen und sollst ihn Jesus nennen. Maria sagte zum Engel, wie soll das gehen? Es ist Corona, ich habe noch mit keinem Mann geschlafen. Aber der Engel gab zur Antwort, der Heilige Geist wird kommen und die Kraft Gottes wird dich wie ein Schatten bedecken. Völlig kontaktlos. Deswegen wird das Kind, das du erwartest, heilig sein und Sohn Gottes genannt werden. In dieser Zeit befahl Kaiser Augustus in seinem Reich, eine Volkszählung durchzuführen, trotz der Warnungen seiner Berater vor der Pandemie. Es war die erste Volkszählung und sie fand statt, als Kirinus in Syrien Chef-Virologe war. Josef ging mit Maria aus der Stadt Nazareth nach Bethlehem. Als sie ankamen, war es Zeit zu gebären und Maria bekam ihren ersten Sohn. Allerdings waren die Betten in den Hospitälern überbelegt. Sie hat ihn in Tücher gewickelt und in eine Futterkrippe gelegt. Denn auch in der Herberge hatten sie keinen Platz gefunden, da ein verwirrendes Beherbergungsverbot galt. In der Gegend von Bethlehem waren Hirten auf den Feldern. Da die Landwirtschaft als systemrelevant galt, hielten sie in der Nacht Wache bei ihren Tieren. Da trat ein Engel von Gott dem Herrn zu ihnen und Gottes helles Licht strahlte auf. Schrecken erfasste sie und sie hatten große Angst, sich anzustecken. Aber der Engel sagte zu ihnen, habt keine Angst, schaut, ich bringe euch zwar keinen Impfstoff, aber eine frohe Botschaft. Heute ist in der Davidsstadt euer Retter auf die Welt gekommen. Es ist Christus, der Herr. Plötzlich war rund um den Engel eine große Schar des Himmelsheeres, obwohl Massenveranstaltungen eigentlich verboten waren. Aber alle lobten unter ihren Masken dumpf und kaum verständlich Gott und sagten, Ehre für Gott in der Höhe und auf der Erde, Friede für die Menschen, die er gern hat. Die Engel verschwanden ohne Einhaltung des Mindestabstandes wieder im Himmel und die Hirten sagten zueinander, wir wollen doch nach Bethlehem gehen. Sie zogen ihre Mund-Nasen-Schutze aus Schaffell über, beeilten sich und fanden Maria und Josef und das neugeborene Kind in der Krippe, gleich neben einem Desinfektionsmittelspender. Sie schauten es aus 1,50 Meter Abstand an und erzählten dann überall, trotz einer landesweiten Inzidenz von weit über 50 Infektionen pro 100.000 Einwohnern, was ihnen von dem Kind gesagt worden war. Maria behielt alles, was geschehen war, in ihrem Herzen. Sie dachte viel darüber nach und prägte sich alles gut ein, damit das Gesundheitsamt alles rückverfolgen konnte. Die Hirten gingen wieder zu ihren systemrelevanten Tieren zurück und lobten Gott und rühmten ihn für alles, was sie erlebt hatten. Es war wirklich genau so gewesen, wie der Corona-Engel es angekündigt hatte. Dieser Engel namens Lauterbach. Die Hirten gingen wieder zu sein, wie der Corona-Engel es angekündigt hat.